Wir haben beide verloren. Was hast du denn dabei verloren, Atze? Du bist so wie dieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Nicht so. Kann ich denn mal miteinander reden? Was willst du reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein. Ach, guten Tag, Herr Schulze. Ach, aber Frau Ampels. Na, anstrengend, anstrengend. Anstrengend? Koch- Merde. Sch Global. Sch Sparkle. Spirit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.